Naja, es ist eine pure Verhöhnung, eine pure Verorschung, dass die Bundesregierung sich gegenüber den österreichischen Bürgerinnen und Bürgern geleistet hat. Die Mineralölpreise steigen, die Treibstoffpreise, die Heizölpreise steigen, die Gaspreise, die Lebensmittelpreise und das Paket der Bundesregierung beschränkt sich im Wesentlichen darauf, die Pendlerpauschale, in echt Deutsch, das Pendlerpauschale, in irgendeiner Form zu erhöhen. Das heißt in Wahrheit, dass alle österreichischen Autofahrerinnen und Autofahrer in Zukunft hohe Treibstoffpreise übers Jahr zahlen werden. Das heißt mit 1000, 1500 Euro in Vorlage treten werden. Am Ende des Jahres können sie sich dann beim Lohnsteuerausgleich anstellen und bekommen dann gnädigerweise im künftigen Jahr 350 Euro von der Steuer gutgeschrieben. Also wer glaubt, dass man damit die Teuerung bekämpfen kann in unserem Land, der ist offenbar von der Teuerung selbst nicht betroffen. Und man sieht einmal mehr, dass diese Regierungsmitglieder mit den Gütern des täglichen Lebens, wie zum Beispiel Tanken oder Lebensmittelpreise, so fern in Existenz stehen wie der Teufel zum Weihwasser. Muss man auch sagen, offenbar weiß eine Ministerin oder ein Minister nicht, wie viel der Treibstoffpreis kostet und er weiß auch nicht, wie hoch die Lebensmittel noch steigen können. Denn zu glauben nach dem Motto, wir können die Österreicher weiterhin mit Treibstoffpreisen 2,50 Euro beinigen und nicht den einfachen Weg zu gehen, den wir beide im Übrigen auch mehrmals da schon ventiliert haben. Das heißt, die Mineralölsteuer zu senken temporär, bei der Mehrwertsteuer zu drehen oder überhaupt um die Mineralölkonzerne zu binden, an die Leine zu nehmen. Das sind die Spekulanten in Wahrheit, die auf dem Rücken des Krieges, jetzt ihre Spekulationen machen, den Treibstoffpreis temporär zu deckeln, weil sie sich mit den Mineralölkonzernen nicht anlegen wollen. Das ist Feigheit vor dem Feind zum Nachteil der Bürger. Du hast ja in der letzten Sendung das Beispiel Slowenien genannt, wo du durchgefahren bist, als du dein geliebtes Triest besucht hast. Ja. Du hast gesagt, da ist der Tankstellenpreis, also der Benzinpreis bei 1,50 gedeckelt und das würdest du dir auch für Österreich wünschen. Also ich würde mir wünschen, dass die günstigste Tankstelle in Österreich dieser Preis ermittelt wird. Das geht auf Knopfdruck. Und genau bei diesem Preis soll der Treibstoff in Österreich einmal auf zwei, drei Monate gedeckelt werden, bis sich der internationale Markt beruhigt. Denn es ist ja nur vorgeblich eine sogenannte Folge des Krieges oder ein Kollateralschaden der Sanktionen. Wir sehen es bei Ländern wie Ungarn oder Slowenien, dass die alle nicht die Preisgestaltung haben wie Österreich. Die Regierung an sich erkennt ja, selbst Kogler, Sadic und Co., dass hier möglicherweise illegale Preisabsprachen zu dieser Spekulation führen. Ja, wenn ich als Regierung eh erkenne, dass es möglicherweise illegale Preisabsprachen sind, warum unterbinde ich dann die nicht mit einer Preisdeckelung? Warum gehe ich den Bypassweg zur Wettbewerbsbehörde, die in drei Monaten irgendwann einmal prüft und vielleicht in fünf Monaten dann zur Einsicht gelangt, dass es Preisabsprachen gegeben hat? Wie will ich auch ehrlicherweise sagen, das ist sehr schwierig, diese zu beweisen, nachzuvollziehen? Da lassen wir lieber die Leute jetzt drei oder fünf Monate höhere Treibstoffpreise zahlen und am Ende ist nichts Positives für die Bevölkerung passiert. Sebastian, wie siehst du das? Bist du ja normalerweise nicht so bösartig der Regierung gegen...